Der Wind pfeift aber ganz schön. Ein Glück, dass wir heute Nacht drinnen bleiben können. Hallo, Baba Alfred. Ryder, Rüsselchen ist in Panik geraten. Er hat sich vor dem Donner erschreckt und ist weggelaufen. Wir helfen Ihnen beim Suchen. Rüsselchen! 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 Da ist er ja! Ryder, ich sehe Rüsselchen in der Schlucht. Und los! Da ist er! Ich bleibe in der Nähe, falls ihr noch Hilfe braucht. Chase, wir klettern jetzt runter. So knapp, Pfoten! Schon gut, Rüsselchen. Wir holen dich in null Komma nichts hier raus. Okay, na komm her. Er ist zu unruhig. Wir können ihn nicht tragen. Sky, lass den Rettungsgurt runter. Hab ihn! Ganz ruhig, Rüsselchen. Bald bist du wieder bei Bauer Alfred. Sky, es kann losgehen! Na dann wollen wir mal! Ryder, das Gewitter ist direkt über der Abenteuerbucht. Flieg nicht zu nah an das Gewitter, Sky. Nimm den Umweg über die Berge und über die Bucht. Okay, Rüsselchen. Es wird zwar etwas länger dauern, aber wir bringen dich sicher nach Hause. Ryder, das Gewitter ist direkt über der Abenteuerbucht. Fantastisch! Köpfe hoch! Sind das... ...könne? Sie leuchten euch den Weg nach Hause. Ah, da ist ja mein kleines Rüsselchen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ihr habt Rüsselchen zurückgebracht. Ich danke euch allen. Kein Problem, Bauer Alfred. Hilfe holen ist ganz leicht ein. Reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol of Nickelodeon an.